Musik Der neue Scenic ist auf Wunsch mit dem Easy Park Assistenten ausgestattet. Zum Einparken ist das gewünschte Manöver zu wählen. Sobald eine freie Fläche gefunden und der Rückwärtsgang eingelegt wurde, erledigt der Assistent den Rest. Der Fahrer muss nur Fahrpedal und Bremse bedienen sowie die Umgebung im Blick behalten. Mit dem Easy Park Einparkassistenten ist es auch möglich, in einem längst zur Fahrbahn angeordneten Parkplatz einzuparken. Die Rückfahrkamera erlaubt einen ständigen Blick hinter das Fahrzeug während des Ein- oder Ausparkens. Die Kamera kann bei Bedarf auch ausgeschaltet werden. Musik Musik